Hallo, Jasper hier aus Base24 und ich wollte euch gerne vorher auch aus begrüßen. Ich bin nämlich gerade hier im großen Saal, wir dürfen aber leider noch gerade nicht zur Zeit viel machen im Saal oder im Haus wegen der Lockdown, das heißt aber nicht, dass wir keine neuen Projekte machen können und dazu wollen wir jetzt demnächst mit etwas Neues online anfangen. Das Projekt nennt sich Backbeat Jazz Academy und stellen das erstmal ein bisschen vor. Mein Name ist Raphael und ich spiele den Fiddle. Hallo, ich bin David, ich bin aus Berlin und ich spiele Schlagzeug. Hey, ich bin Christine, ich spiele den Trumpet. Ich heiße Nikolai und spiele Kontrabass. Und ich spiele Susaphone. Ich bin Katharina und ich spiele Banjo. Hallo, meine Damen und Herren, mein Name ist Carlos und das ist ein Trombon. Mein Name ist Lauren Havet und ich spiele am liebsten die Holzblaseninstruente. Hallo, ich bin Nina und ich bin Sängerin. Ich bin Camille und ich spiele Klavier. Das Projekt Backbeat Jazz Academy soll jetzt erstmal online anfangen, weil wir jetzt leider noch nicht so wirklich vor Ort mit Menschen arbeiten dürfen. Das heißt aber nicht, dass wir nichts an Vorbereitung treffen können. Und wir hätten euch gerne mit neuen Ideen und auch mit neuen Input gerne dabei. Bleib fit und gesund. Bald mehr. Bis bald.